Hallo, ich bin Gordon Hamilton, ich dirigiere hier in der Turnhalle und ich wünsche euch alle eine sehr schöne Weihnachtszeit. Und was ich machen werde, diese Weihnachten, ich werde mit meiner Frau sein in Berlin, Charlottenburg, wo wir wohnen. Wir sind beide Australier. Wir haben australische Haut. In diesem deutschen Winter ist das immer eine Herausforderung. Aber nein, ich liebe Deutschland. Ich liebe das Wetter auch. Und ich liebe die Weihnachtszeit in Deutschland. Ich liebe die Weihnachtsmärkte. Wir haben das nicht in Australien. Das ist was ganz Besonderes. Also ich wünsche euch alle einen guten Rutsch ins neue Jahr. Infobox auf sechsозь Guess? STRG LUN zur guten Rutsch ins placed. aines 0 0 10 0 0 0